Hallo liebe Simson-Freunde, hallo Thomas. Hi. Hi Tobi. Guten Tag. Wir sind so ein Zweitaktor und das ist unser Kanal. Heute geht es weiter mit Cats Moped, also jetzt läuft es langsam in die Finalisierung. Also restliche Verkabelung noch und dann einfach zuschlichten, also inklusive hier dieser neuen Front. Da gucken wir uns das mal an. Dekor. Dekor, ja, was da alles dazugehört. Also man sieht ja hier schon, ein Dekor haben wir ja schon dran. Also hat Tobi gemacht, also ganz große Klasse. Das ist richtig großes Kino, weil das Zeug gibt es nicht mehr und vor allen Dingen auch nicht als S51. Für die Fragen, für die Jungs, die wieder Fragen stellen wollen, das ist kein Hybrid-Modell oder sonst irgendwas. Nee, es ist wirklich ein S51-Rahmen und wir haben einfach das S53-Design draufgesetzt. Also ja, und deshalb steht da jetzt auch S51, bevor da jetzt Fragen kommen von Rennleitung und sowas. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen die S51 da drauf. Tobi hat sich dem angenommen und hat das dankbar, ist geschnitten, geplottet und fertig. Vorher entworfen, also ganz großes Kino. Danke dafür. Haben wir schon schwieriger das gemacht. Ja, also wie gesagt, also wer sowas gerne haben möchte, meldet sich bei uns. Wir kriegen das alles irgendwie gebacken. Also Tobi kann gut folieren, beziehungsweise ja, Folien schneiden, drucken, machen. Macht das sogar beruflich. Ja, genau. Ich kann es so gut, ich mache es sogar beruflich. Er hat so viel Zeit nebenbei, dass er das noch beruflich machen kann. Genau, so ist es. Ja, und dann würde ich sagen, ja, mal gucken, ob wir euch mitnehmen oder beziehungsweise dann hinterher eine Zusammenfassung geben, weil es gibt viel zu tun und wir wollen gerne fertig werden. Und ja, deshalb. Wenn es Highlights gibt, ja. Also Highlights, wenn wir euch auf jeden Fall reinholen und wenn wir mal gucken, ansonsten gibt es zum Schluss eine hübsche Zusammenfassung, wie weit es geworden ist und ihr seht dann halt einen schönen Überblick. Also da gibt es garantiert noch ein paar Geschichten zu erzählen darüber. Ja, und Cat ist vor allen Dingen auch immer mit am Kanal und guckt immer mit, wie weit ihr Moped ist. Hallo, liebe Sünder und Freunde, willkommen zurück. Leider gab es doch keine Highlights. Also wir haben vor uns hingearbeitet und haben einfach das Moped jetzt ja kompletiert. Wir gehen am besten mal durch. Das letzte Mal hat man ja schon gesagt, okay, dass wir halt im Krümmer noch gearbeitet haben. Also der Krümmer ist jetzt so weit wie möglich gekürzt. Wir haben hier vorne diese Kalotte angebracht, also praktisch diese Schraubkalotte oder diesen, ja, was ähnlich wie eine Kalotte aussieht. Da kommt Thomas nachher gleich nochmal ran zu mir und guckt sich das nochmal genauer an. So, dann haben wir natürlich vorne jetzt die Kanzel aufgebaut. Elektrik ist fertig. Also wir gucken mal durch. Also Zündung an. Hier vorne haben wir jetzt ein Standlicht dran. Dann haben wir hier Blinker rechts und links. Genau, Aufblendlicht geht natürlich erst, wenn der Motor läuft. Äh, Hupe. Funktioniert auch. Ne? Und ansonsten haben wir einen vorderen Bremslichtschalter. Dann sieht man hier hinten, dass das Bremslicht funktioniert. Und den hinteren Bremslichtschalter, siehst du schon? Ja. Ja. Also funktioniert auch alles. Also Elektrik ist erstmal durch. Soweit, so gut. Ähm, ansonsten, ja, Ausbau haben wir festgemacht. Wir haben natürlich eine Wapenzündung drin. Äh, Tachowellen sind alle angeschlossen. Müssen wir mal gucken, wie wir die nachher noch verlegen. Ob wir die jetzt noch irgendwo festmachen müssen oder irgendwie, muss man da mal schauen. Genau. Und ansonsten ist das Mobil jetzt erstmal fertig. Äh, was noch fehlt, ist ein Benzinhahn. Den habe ich vergessen zu bestellen. Ähm, beziehungsweise ich habe einen bestellt. Ich finde ihn aber leider nicht. Ja. Also müssen wir gucken, dass wir dann halt, ja, den Benzinhahn dann jetzt dann noch nächste Woche noch einbauen. Tobi hat gemeint, der hat noch einen. Also von der Sache her. Der ist übrigens schon los, der musste nach Hause. Von der Sache her sind wir jetzt erstmal nur noch zu zweit. Wir sollen aber schöne Grüße ausrichten. Richtig. Also schöne Grüße von Tobi, ne, an alle. Ähm, jetzt ist das Design auch vollendet. Also jetzt könnt ihr es mal komplett sehen. Also ich finde es richtig klasse. Also es sieht richtig gut aus. Da vorne, die Maske, die haben wir auch noch. Schön, die habe ich lackiert. Ähm, Thomas, kommst du mal her, guckst du es mal an. Dann bist du ein bisschen näher dran. Also ich habe es jetzt momentan so, dass es außen weiß ist. Und hier innen haben wir jetzt ein schwarzes Design. Also auch hier hinten drin ist es schwarz. Und ich finde, das sieht recht gut aus. Ne, bringt auch nicht so viel Helligkeit hier rein. Also, dass man das besser ablesen kann. Äh, natürlich geht hier hinten auch die Beleuchtung vom Tarot und von dem Drehzahlmesser. Genau. Also Kontrollleichten funktionieren auch alle. Also Leerlaufkontrollleichte. Dann haben wir hier den Blinker. Wir haben es gleich mit meiner Schaltung angeschlossen, dass es dann halt auch mal, wenn man auf LED umrüstet, gleich funktioniert. Also das habe ich gleich mitgemacht. Genau. Und ja, wie gesagt, Deckel, Elektrik ist hier nichts mehr drin. Wir haben alles drüben drin verbaut. Ähm, die Kalotte wollte man ja nochmal zeigen, wie die dann hier aussieht. Also das ist die 28er. Die ist recht schön, finde ich. Also die passt richtig gut rein. Und ist von der Optik her sieht es aus wie eine Kalotte. Ist aber ein geschraubtes Teil. Also wirklich, man schraubt das Ding bis hier zum Ende drauf. Das geht halt auch, wenn das Krümmergewinde mal ein bisschen schadhaft ist. Aber ja, noch benutzbar. Und dann ist das Ding schön drauf. Man zieht es schön fest so gut. Ja, Sitzbank haben wir, wie gesagt, fest. Ist jetzt drauf. Also alles gut, alles fest an dem Moped. Ähm, ja. Ich finde es eine schöne Sache. Hier vorne habe ich mich natürlich gleich verewigt. Also mit Simson und Zweitakter. Ist mit Cat abgesprochen. Hammer gemacht. Ähm, hat sie gesagt, ja, gerne. Das ist super. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Ist eigentlich von der Sache her, ja, jetzt ein neues Moped geworden. Winter ist. Und Cat holt heute ihr Moped ab. Also ja, steht schon alles da. Wir warten nur noch auf Cat. Die ist heute mit der Bahn hergekommen. Und ja, wir schauen uns das mal an, wie das halt so wird. So. So, dann gucken wir mal. Also Cat ist jetzt angekommen. Du darfst schon reinkommen, ja. Guck mal, da ist dein Moped. Okay. Was meinst du? Ja, hat zwei Räder. Das ist schon mal gut. Gut. Aufgeregt? Ja. Gut. Na, dann mache ich es mal auf. Dann gucken wir mal. Mal schön langsam mal runter gucken. Also, du hast ja gesagt, Enduro, ne? Mhm. Haben wir schon mal. Mhm. Gut. Du hast so gesagt, also mit Cancel. Ja. Haben wir auch. Mit breitem Lenker. Mhm. Mit den sechseckigen Blinkern. Ja. Mit dem Tank. Ja. Und mit dem Heck. Ja. So sieht sie aus. Doch. Du hast zwei Jahre mit dem Ding. Und guck mal. Siehst du, was da hinten ist? Äh, ja. Was ist das? Was ist denn das hier? Ach so. Doch mit Kupflung. Haben wir uns so überlegt, gell? Ja, haben wir uns überlegt. Ja. Ja. Und da muss sich auch noch ein bisschen was dranhängen, ne? Du willst jetzt den Dekotzwecken, oder? Nein, das ist deiner. Na, echt? Das ist deiner. Der kommt da hinten drauf. Den müssen wir noch mal kurz gucken, Thomas. Weil es gepulvert, deshalb passt er noch nicht richtig. Das ist jetzt deiner. Also mit Hänger, mit Beleuchtung. Dein Kennzeichen ist auch schon hinten dran. Also wir haben alles schon fix und fertig. Den kannst du dann sozusagen hinten dran nehmen. Neue Bereifung haben wir drauf. Die Räder haben wir auch pulverbeschichten lassen. Neu gelagert ist das ganze Ding. Also fix und fertig. Lichtanlage ist neu. Haben wir gemacht. Auch zum Anstöpseln da. Also einmal die Nase nach unten, weil hier unten ist so ein kleines Ding da. Und wenn die Nase unten ist, dann kannst du ihn auch reinstecken. Reinstecken. Und dann wird er auch funktionieren. Kannst du hinten mal schauen? Ja. Dann blinkt das. Dann blinkt das auf der Seite. Dann geht auch das Licht. Und geht auch das Bremslicht. Also ist alles fix und fertig. Angeschlossen. Danke, 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 danke. Genau. Den hatte ich noch. Und den gebe ich jetzt dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke reicht. Genau. Und dann, ja. Das ist er. So sieht's aus. Und dann musst du bloß noch einmal fahren. Guckst du mal? Probier mal, ob du da anbringst. Weißt du noch, wie es geht? Vielleicht. Vielleicht. Aber der ist jetzt auch mit Schock, ne? Ja, das ist alles ganz normal. Wie dein original Moped. Wie früher. Benzinhahn auf. Zündung an. Ganz wichtig. Sonst geht's nicht. Einmal rum, einmal reicht. Jawohl. Genau. Dann siehst du hier die Leerlaufkontrolle. Die ist an. Fertig. Das ist jetzt wahrscheinlich vorführend. Das ist halt so. Ja, passt. Es ist halt kalt im Winter. Und da geht's halt mal so. Genau. Passt. Das ist super. Aufsteigen tue ich gleich. Bei dir muss ich da auch noch dran. Du hast doch bestimmt den Strom gemacht. Ich hab den Strom gemacht. Danke. Bitte, bitte. Und hier müssen wir noch gucken, dass wir den noch ein bisschen... Das Pulver ein bisschen wegmachen. Das Pulver noch ein bisschen wegmachen. Ja, weil das Pulver stört jetzt ein bisschen. Ah ja, und was man sich überlegen könnte, jetzt wär mal so ein GPS-Teil rein. Hab ich schon besorgt. Sehe ich da. Ganz wichtig. Und der muss dann irgendwo verstecken. Also in Benzin, Tankdecke. Das erste Mal hat er mir nämlich ein Ei gelegt, der Kollege. Dann wollte der nämlich nicht. Da hat er nämlich gesagt, okay, ich geb keine Luft rein, weil ich den Ring hier unten drunter habe. Und dem sind wir gerade mit dem Benzin leer gesaugt. Und dann musste ich den Tankdecke öffnen und dann ist wieder Benzin nachgelaufen. Das war das Einzige, was das Moped einmal gemacht hatte. Okay. Ist aber, ist aber verbessert jetzt. Ist jetzt verbessert. Ich habe ihn noch reingemacht. Genau. Lange, lange ist hier, oder? Ja. Na dann. Zündung an, jawoll. Einmal drehen, bis das Licht brennt, jawoll. Saugeil. Also, ja. So sieht's aus. Und, ja. Wenn das nicht so gut ist, dann kann ich das Licht brennen. Ja, Fragen sind, gerne bei uns melden. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, den Abo-Button unten unter dem Video klicken. Mit dem Daumen hoch und der Glocke daneben. Und dann seid ihr gleich mit dabei, wenn es wieder weitergeht mit neuen Projekten. Es kommt was Neues. Ich habe schon das nächste wieder in Aussicht. Also, da sind noch zwei Projekte, die ich jetzt dann gleich nach anfangen werde. Also, Anfang Dezember geht's los mit einem neuen, garantiert. Also, ansonsten, Daumen hoch, gerne. Und dann sage ich nur, macht's nach, macht's besser und traut euch was. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.